Wie gesagt, wir wollen Danke sagen dafür, dass Sie uns 20 Jahre lang die Treue gehalten haben und Danke sagen möchten wir auch, dass wir das Glück hatten, auch noch viele andere Sänger auf unserem gemeinsamen Weg begegnen zu dürfen und die darf man gerne auch auf die Bühne bitten, damit wir gemeinsam alliert mit allen Stimmen aus Kärnten, die seit 20 Jahren produzieren können. Musik 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 Musik